Ja, Sekunde, ich schreibe dir, wenn du mir reden kannst. Was soll ich denn sein? Ein Ei? Ich springe. Du bist doch in der Gruppe, ne? Ich schreibe das in den Gruppen-Chat. Ja, toll, ohne UI, ähm. Hä? Warum ist... Meine Sicht war gerade verschwommen. Das sieht noch gut aus. Jetzt habe ich auch so einen Cups angehabt. Warte, ähm... Da ging die UI wieder an. I will Juna. Warte, ich gucke mal. Geil, wenn ich raustappe. Doch, ich sehe es noch. Die hat auch mal ESO gezockt. Ach, die ist sogar auch live. Was spielt die gerade? Die ist online. Fahrradsimulator auf Schwedisch. Was sagt ihr dazu, wenn wir uns mal einen Fahrradsimulator angucken? Ist die deutsch oder schwedisch? Deutsch. Ja, komm. Das gefällt Kasu bestimmt. Was ist denn? Was ist Kasu-Chan? Kasu? Ich kann dir den Zaun sogar geben. Wenn du möchtest, Kasu. Dann kannst du ihn bei dir auch einbauen. So, aber dann verabschiede ich mich von euch. Wir haben jetzt genau zwölf Stunden. Schlaft gut. Träumt was Schönes. Beziehungsweise seid da drüben. Und macht da weiter und ärgert die Leute. So. Dann gehe ich mal jetzt rüber. Habt euch lieb. Tschüss. Tschüss. Du weißt, ich bin noch hier. Also bei dir later. Ewig gerade. Ja. Hörst du das, was... Das war's. Schlaft gut. Du weißt, ich bin noch hier. Untertitelung des ZDF, 2020